hallo und herzlich willkommen bei red or gamble ich bin heute für vier an und ticket und heute haben wir spielen schulz schon nahli bümbelgames detektivspiel werden wir kommen ich hab gesagt geschenk gekriegt als solcher gebaut schon so lange nicht mehr gespielt erst mal belohnung abholen einsammeln 15 tage spiel ich ja schon nicht an ein stück aber 5 tun ist da kann ich heute richtig gas gehen ok ich hab doch sachen geschenkt gekriegt oder oder ist das ich hab die freigespielt ich glaube die habe ich nur freigespielt straßenbau dann öffnen wir mal eine truhe öffnen boah heee und der letzte was bringt mir sam da steht noch eins ah den habe ich geschenkt gekriegt warte das passt doch jetzt hier zack oder nicht mal ran zu schäferhund und zwei biegels glaube ich zumindest das biegels sind ok hab das video angeschaut und nächste wurde renoviert andere leute besuchen war das gewesen alt schäferhund der dritte szenario spielen nein wir spielen das richtige gut dann geht es los wer ist noch gar nicht ganz fertig ich weiß gar nicht warum ich dahin gekommen ok jetzt kann ich spielt endlich ich denke mal das wird die letzte runde sein dann ist dieses kapitel dieses kapitel dieses bild fertig münzen kompass und die hasenpfote wohin die da oder doch der flicken ist da spielkarten eine leiter ein kampf spielkarten vorhang vorhang da war der kampf ok kran ent ist ein kran fußabdruck plakat ein kaffee flick und vorhang da ist der kaffee flick ok jetzt ist bestimmt alles voll von der zähne und erst 13% nein ich muss doch einmal spielen oh bin ich schlecht hier nochmal spielen ok ok kopfhörer ein lutscher und ein vogel zahnräder rennflacken aktentasche wo war die flicken vorhang flicken vor uhr paket aktentasche da war die aktentasche die nummer 4 da ist die nummer 4 da ist die nummer 4 dräte 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 ich sehe heute gar nichts die uhr die uhr ach plakat ach lesen kann ich auch nicht da nein da ok das ist aber trotzdem jetzt das ende abgeschlossene 100% würde ich sagen gemeistert gemeistert genau jetzt kommt doch hier ganz interessiert ich mache mal das jetzt nach oben das nervt ein bisschen ok ok ein fass bären pilze und fass fass bären pilze das war eine kanne specht vogelhaus ein rächen rotes blatt ein gehstock ein zeppelin das verschmocken ok der specht offenes grab glocke briefe eine gießkanne wo ist denn die gießkanne vogelhaus gießkanne bratsche was ist eine bratsche das ist ein schwert das ist eine bratsche das ist eine bratsche ge gießkanne gießkanne Stiefel. Oh, das war perfekt. 100%. Ah, nur 3.96.000. Okay. Oh, da ist ein Hund dazu gekommen. Ein Rosenkranz. Ein Schwert war dahinten. Die Bären sind da. Wo ist der Rosenkranz? Da. Okay. Bären, Schwert, Rosenkranz. War kein Rosenkranz? Das war Rosenkranz? Okay. Ein Rabe, eine Taube, der Rechen... Ach, Rechen. Na. Jetzt bin ich wieder raus. Löwe. Rotes Blatt. Ein Sterltauben. Hufeisen. Da ist die Taubis. Das Hufeisen. Eine Sanduhr. Öllampe. Sanduhr. Da. Stern. Oh. Ne. Hätte ich sehr, sehr lange suchen müssen, damit ich den gefunden hätte. Weiter geht's. Schaufeln. Drachen. Bären. Bären. Drachen. Schaufeln. Rotes Blatt. Vogelhaus. Seppelin. Rechen. Öllampen. Wasserspeier. Schaufeln. Da ist er. Und Tasche. Ruf 1. Okay. Ein kleiner Fehler, aber es geht weiter. Specht. Schaufel. Glocke. Spächt. Specht. Rechen. Schlüssel. Rotes Blatt. Buch. Ein Egel. Mit Taschen. Ah. Ist. Schlüssel. Sterbe da unten. 1900. Ist in die Tasche. Ach, der Löwe war da. Da ist die Tasche. Hab ich schon schon gehabt. Die Tasche. Vergessen. Ich möchte das Szenario durchspielen. Das ist. Rotes Blatt. Fuchs. Gabe. Schlüssel. Weiß. Ui ja. Das war doch mal nice. Offenes Grab. Pilze. Foto. Da. Foto. Offenes Grab. Pilze. Vogelhaus. Rotes Blatt. Zeppelin. Taube. Öllampe. Igel. Stern. Tasche. Blaues Gefäß. War das gut oder war das gut? Bin bei 16%. Mal schauen, wie viel ich kriege. Ja, ja, ja. Was? Gestalt. Rotes Blatt. Okay. Gießkanne. Gießkanne. Schlüssel. Öllampe. Und Tasche. Rosen. 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 Handschuhe. Windspiel. Messer. So viele neue Sachen. Windspiel. Messer. Okay. Wer ist schon wieder? Eddie, was machst du hier? Fahr mit deinem Auto wieder weg. 14% habe ich geholt. Okay. Glocke. Drache. Gehstock. Glocke. Drache. Gehstock. Wohne. Zeppelin. Stern. Igel. Wohne. Boudjuhut. Ein Handkarren. Handschuhe. Ach, Handtasche. Handtasche. So, mal ganz zu Ende lesen, oder? Gut. Was ist ein Boudjee? Boudjee. Was ist Boudjee? Boudjee, was bist du? Boudjee. Was ist das? Das ist ein Boudjee? Ach, Boudjee. Boah. 10% Gold. Boudjee. Boudjee. Oh, scheiße. Okay. Stiefel, Bären, Glocke. Zeppelin. Buch. Stern. Und. Tasche. Kraler Baum. Handtasche. Handschuhe. Was ist das? Fledermaus. Jawohl. Noch geschafft. Nummer 4. Nummer 4. Buch. Bären. Pilze. Pilze. Buch. Bären. Zeppelin. Kraler Baum. Gehstock. Eule. Tasche. Tasche. Handschuhe. Boje. Karler Baum. Ura. Die ist auch neu. Und die Eule ist da. Die war aber die ganze Zeit da. Nur erstmal jetzt gehabt. 20% gut. Boah. Nice. Okay. Specht. Glocke. Schlüssel. Schlüssel. Glocke. Specht. Gießkern. Rotes Blatt. Eule. Ölampen. Rose. Zeitung. Zeitung habe ich da gesehen. Fledermaus war da. Messer. Kraler Baum. Und wo waren die Rosen? Da waren die Rosen. Ja. Oh. 19%. Okay. Zeppelin. Äh. Zeppelin. Zaun ist das Ganze noch hier. Futter. Oder meinst du den Zaun? Fuchs. Den Zaun meint sie. Fuchs. Leiter. 1900. Frankhallen. Eine Taube. Wasserspeier war da. Die Boje. Libelle. Schnecke. Holz. Scheidt. Holz. Scheidt. Äh. Äh. Wo ist die Schnecke? Da. Holz. Scheidt. Wo ist die Schnecke? Da. Das war nicht so gut. Aber egal. 14%. Warte geht's. Bam 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 bam. Fast. Rotes Blatt. Zeitung. Okay. Rotes Blatt. Fast. Zeitung. Eule. Keiler Baum. Holzschalt. Handschuhe. Äh. Rosen. Ah. Ah. Ach. Da waren die Rosen. Fahrrad. Bank. Eichhörnchen. Bank. Bank. Da ist die Bank. Und die Kleeblatt. Da war auch nicht so doll. 11%. Ich werde aber noch besser. Fotoschlüssel. Löwe. Foto. Löwe. Schlüssel. Öllampe. Ledermaus. Hosen. Schnecke. Handschuhe. Springbrunnen. Eichhörnchen. Wo ist der Korb? Wo ist die Kette? Kette. Auf das Korb? Da. Nochmal. wieder elf prozent. Briefe. Raben. Taschen. Messer. 1900. Eimer. Hut. Ach. Da war gut. Urge. Fahrrad. Gette. Eimer. Pferd. Pferd. Ein Schleifenband. Klar. Ei, ei, ei. Bei 40 war ich. 52, 12%. Okay. Rotes Blatt. Löwe. Offenes Grab. Da war es der Speyer. Fahrrad. Den wollte ich doch gar nicht. Ein Schmetterling. Wo ist das Schmetterling? Wo ist das Schmetterling? Das sind da. Beanstock auch neu. Okay. Es wird knapp. Fass. Rabe. 1900. Igel. Igel. Windspiel. Ruh. Hut. Korb. wasser speyer wasser springt und mensch kette einmal das hätte ich geschafft 14 prozent jetzt aber mit einer zack fertig das war rosenkranz habe okay libelle auch mensch handtasche tasche messer kreppler und scheint das war schlecht vier prozent aber jetzt der letzte dann muss doch jetzt mal richtig gut werden musik schlüssel wasser speyer ok wasser speyer hosenkranz schlüssel ledermaus die bälle schleifen straßenlaterne ich bin jetzt wo bist du naja aber gemeistert welcher platz 34 oder ja ich bleibe für na gut darf ich mal sagen was war es für heute es war bestimmt schon zehn minuten wenn nicht noch mehr habe das eine szenario ganz schön durchgespielt mal schnell meine geschenke hier ab ach oder sachen die ich entsperrt habe genau ich kann mir was neues kaufen zack hat der bau beginnt einmal die drei öffnen ist zack 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 öffne öffne Oh zwei besondere belohnungen ok ich hab's schon dreimal salzerne Das ist ein Geschenk. Oh, 400 Gold. Dankeschön. Okay, nochmal Wechsel. Da müssen wir was abholen. Okay, gut, das war's dann, wenn ich das spiel und sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mehr seid. Bis dann, ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann.